Schau die Garde der Löwen auf Disney Junior. Das ist dieser legendäre, sagenhafte Ort. So manches Tier sucht Zuflucht und fühlt sich sicher dort. Den Ort mal zu besuchen, geht mir nicht aus dem Sinn. Das muss ein Paradies sein, da muss ich einfach hin. Der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens. Die Tiere sind müde, erreicht ist ihr Ziel. Sie zu erwischen ist leicht wie ein Spiel. Der Tisch ist gedeckt und der Weg nicht vergebens. Hin zum Baum, hin zum Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens. Die Tiere sind müde, erreicht ist ihr Ziel. Sie zu erwischen ist leicht wie ein Spiel. Der Tisch ist gedeckt und der Weg nicht vergebens. Hin zum Baum, hin zum Baum. Der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens. Auch heiße Quellen haben durchaus ihren Charme. Selbst wenn der Wind eisig bläst, haben wir es warm. Ein Schneeasse wünscht sich ein schönes Zuhause. Er sucht einen Ort mit Warmwasser sich aus. Er braucht nicht zu leben im Saus und im Braus. Doch Nahrung und Schnee braucht er für sein Zuhause. Wir fressen vergnügt Obst, Mutzel und Schoten. Was uns genügt, ist bestimmt nicht verboten. Nur keiner hat. Wir mögen Felsen, wie man weiß. Und wenn es passt, eine Rutsche aus Eis. Ein Schneeasse wünscht sich ein schönes Zuhause. Er sucht einen Ort mit Warmwasser sich aus. Er braucht nicht zu leben im Saus und im Braus. Doch Nahrung und Schnee braucht er für sein Zuhause. Ja, Nahrung und Schnee braucht er für sein Zuhause. Wir sitzen fest, was sich bald ändern lässt. Wir wissen doch genau, wir sind einfallsreich und schlau. Es wird schon gehen, wie das wird man sehen. Ruf nur irgendwas, am Ende rettet uns das. Irgendwas fällt uns immer ein. Irgendwas wird die Lösung sein, irgendwie. Und da steh' ich dir zu. Schaffen wir's. Zusammen ich und du. Es geht vorab, wenn wir beide packen's an. Ja, du hast schon recht, wir als Team sind gar nicht schlecht. Du wirst schon sehen, irgendwas wird gehen. Ruf nur irgendwas, am Ende rettet uns das. Irgendwas fällt uns immer ein. Irgendwas wird die Lösung sein, irgendwie. Und da steh' ich dir zu. Schaffen wir's. Zusammen ich und du. Die Lösung ist nichts, was von selbst herbeirauscht. Sie zeigt sich nur, wenn man nachdenkt und lauscht. Nachdenkt und lauscht. Lauscht, lauscht, lauscht. Irgendwas fällt uns immer ein. Irgendwas wird die Lösung sein. Irgendwie. Und da steh' ich dir zu. Schaffen wir's. Zusammen ich und du. Schaffen wir's. Zusammen ich und du. Tippt oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.